Polkhexer aus Duslinge, da geht's Gäuer und auch Stenget, ja, und das denkt sie auch, Stenget. Gäuer! 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 Stenget, ja, ja. Was ist schlimmer, Konfetti in der Unterhose oder grüner Rauch in der Munge? Was ist es? Was ist denn? Hahahaha Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. häxen gestern gestern mit einem schönen grüß an dem vorstand an der thomas keller ja jetzt sind sie mit der achse gestellten sitzt dann noch mal zum ACHO ENTES MEGER BEIER DELEGATION HYNT MOехli DA AHHHHHHHHHHHHHHHHH JA NEIN DEIST, DANM TODELINPEL WIDER NEIN Nächste Pyramide... Aufbau NEIN GLATSCHER, DONN FREUGE DIE ANMAL AN LOS, MA SUCHTA HANE AUF 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 SAIDER Das sieht gut aus, Farbefröhe Truppe, abwechslungsreich, sehr, sehr schön. Okay, alles klar. Das sieht gut aus, Farbefröhe Truppe, abwechslungsreich, sehr, sehr, sehr gut aus. Wenn ihr mich jetzt enttäuscht, dann sind wir bei den Riederich, bei den Zigeunerhexen. Stimmt das? Daumen nach oben, stimmt das? Jawohl. Das ist das, wenn es dann immer Verwirrung gibt, wenn man keinen Däffen, der sie vorhat, der mit dem Schild vorne draus lauft. Genau. Ja. Und auf die liederliche Hexe, drei kräftiges, ihr ruft Zigeuner. Und hier ruft Hexe. Zigeuner! 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 So, jawohl. Jetzt weiß wirklich jeder, wer ihr seid. Aber ihr stiebe das bitte noch mit dem Däffen des Burg, gell? Ja, 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 ja. So, so, den bellt Badedorf. Badedorf? Genau. Ich bellt Teufel des Bur, ich glaube Teufel des Weibling, man weiß es nicht. Sieht man halt unter der Maske nicht so. Aber das ist ein ganz süßer Ruf, da heißt es Bavi und Ahoi. Bavi! 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 Wir lieben Badedorfer, was ist los mit euch? Seid ihr müde? Das erste Drittel vom Umzug. Ja, was los? Lass uns mal ein bisschen laufen. Ja! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.